Ich bin André. Hi, ich bin Harald. Und wir sind Trainees bei Vodafone im Sales-Bereich. Der Consumer-Sales-Bereich umfasst ganz grob gesehen alles, was sich um die Kommunikation, Planung, aber auch strategische Steuerung der Privatkunden in Deutschland handelt. Der Enterprise-Bereich gliedert sich so letztendlich auf, dass wir uns dort um die Geschäftskunden kümmern. Wir sind auch ebenfalls gesteuert über Regionen, das heißt, wir haben unsere Vertriebler, unsere Vertriebsteams draußen. Wir wollten Vodafone an der Basis kennenlernen. Das zeichnet ja letztendlich ein Trainingprogramm aus, wo man sagt, okay, man nutzt die Zeit letztendlich, um einfach ein Unternehmen auch kennenzulernen. Und wie macht man das am besten bei Vodafone, indem man letztendlich die Kunden kennenlernt? Man sollte auf jeden Fall Spaß daran haben, im Kontakt mit den Menschen zu sein, nicht nur mit dem Kunden, sondern auch mit den Mitarbeitern. Was den Zusammenhalt angeht und auch das Netzwerk bei Vodafone, das ist, glaube ich, einmalig und das muss man auch leben. Seitens des Cover-Vodafone-Programms ist es eben so, dass sich die Trainees einmal im Monat zu einem Trainee-Frühstück treffen, dort sich austauschen. Zum einen gibt es natürlich die Vertriebskommunikation, die den Fluss an Informationen in die Niederlassung gewährleistet. Ja, es gibt die Kanalentwicklung letztendlich. Vodafone als Vertriebsunternehmen hat natürlich diverse Möglichkeiten, eben auch Vertrieb draußen zu leben. Es gibt die Vertriebssteuerung, die sowohl in den direkten als auch in den indirekten Kanälen schaut, dass das Geschäft rund läuft. Natürlich gibt es auch vertriebsunterstützende Prozesse, die man sich anschauen kann, also gerade für diejenigen, die vielleicht etwas operativer unterwegs sind. Und die strategischen Abteilungen, die gewährleisten, dass auch die langfristige Planung steht. Und ich glaube, als ehemaliger Sales-Genie ist man dann auch relativ gefragt im Unternehmen, weil man einfach die Strukturen so gut kennt und weiß, wie das Geschäft im Feld abläuft. Für mich hat sich der Einstieg im Vertrieb gelohnt. Die Bewerbungszeit läuft. Also bewerbt euch! Denn wir freuen uns auf euch!